Hallo, heute stelle ich euch den rotschuppigen Rauhkopf vor, ein als tödlich giftig geltender Pilz. Der hat seinen braunen, zimtbraunen Hut, auf blassem Grund und solche rötlichen Schüppchen. Der Hut erreicht eine Grösse von 3 bis 8 cm. Er hat solche rostbraunen Lamellen. Die sind leicht ausgebuchtet angewachsen. Es hat auch immer wieder Zwischenlamellen. Und der Stiel ist blassbäsch bis blassgelblich. Mit solchen rötlichen Schuppenbändern sieht etwas genattert aus. Wie gesagt, der rotschuppige Rauhkopf ist giftig. Das war ein kurzes Porträt vom rotschuppigen Rauhkopf. Der Ruhkopf ist für die Rundfunkmärkte Rauhkopf. Der Rauhkopf ist für die Rauhkopf.